Läuft der jetzt oder nicht? Ja, der zeugt an. Da fliege ich meinem Boden näher, damit man sieht, wie schnell die ist, weil die in der Luft siehst das gar nicht so. Das war gut. Jetzt hatte ich ein bisschen den Boden mit drauf. Da kann man die Geschwindigkeit dann schön sehen. Ich hab den Läuft. Ich habe den Läuft. Ich bin der Läuft. Wir sind hier der Läuft. Ich habe den Läuft. Wauw. Der Läuft. Hör. Wauw. Wauw. Das war's für heute. Das war's. Ich wollte es sagen, als wäre da nur genug Saft drin. Oh, er muss ja wieder das Spannend machen, aber das habe ich alles drauf, Beweis ist gesichert. Das macht dir aber auch keiner nach. Ist das Fahrwerk noch dran? Ja, ja. Ja, wenn ich wandere in die Wiese. Die Klebung hat Ihres Test bestanden. Das behaupte ich jetzt mal.